Trine 2 Wird erst mal die Spinne da killen, oder? Nice Haha Sniper shot von unten, sagst du Willst du da drauf springen und die Fioli holen? Komm ich da drauf? Na, komm ich nicht drauf Warte Oh Ich kann sich hochziehen So Achso, da oben ist ein Ding Ja, dann ist das ja einfach Oh, guck mal wie groß die ist Haha We Ich bin nur unten Ich hab's gleich im Armee Ich kann's nicht Hüpp Ach, fickt's euch doch Warte mal Ach, fuck Das Game Nein Nein Ja, jetzt so unten war nix oder wahrscheinlich hat er nicht mal geschaut doch in der trampolin dabei drauf was ich wollte gerade sagen weil du so probisch musst das nicht mal darunter gehen wir beide dann da unten lagen und wo sie die scheiße nummel machen so diesmal nach der sorg gott das als erstes schafft und ich bin tot ich meinte nur als erstes ich war auch vor dir drüben und wir sind schon wieder so es schon mich verarschen das habe ich vorhin die ganze zeit probiert und es hat nicht funktioniert ach fickt die scheiße in den anus ja ich bin ein gott hast recht aua und ich bin tot mach die scheiße einfach jetzt stirbt nicht ach gott sei dank er hat es geschafft und nicht so wieder also da kommt blasen da wird das die wenn die blasen war die macht war immer man immer geh mal weg tut es mal unten rechts hin nein moment warte warte nein andere idee so rum ach fuck weil das feuer da auch durch geht und warte erstmal fällt mir schon was aufgefallen auch fick dich du scheiß portal ich gehe unten dann gehst du halt unten rum dann gehen wir beide oben rum ich bin gleich tot so andere idee kann schon mal das ding da schnell okay warte hol du die fiole und ich versucht es wieso kommt da keine blase mehr aus mein körper da liegt ziemlich wieder krüppig jetzt kommt eine boah fick dich lass die scheiße mal da wieso kommt da keine raus was das sei für ein wichs game 0 von 10 da kommt ja nicht meine raus jetzt boah weiß was spring mal durch das portal hat von unten aber auch okay das tut er noch daraus alle da aber da links ist nur eine fiole wieso einfach machen wenn es auch umständlich geht ja die fiole schmerzt wurscht da setze ich einen dicken haufen drauf na guck mal da ist ein hebel drück mal nochmal in den schalter hallo warte gibt es nur irgendwas besonderes nur wie lange stein ich dieses level keine ahnung na ist ein drache und ich habe vergessen den timer noch mal neu zu starten alles drauf baumhaus abenteuer die wichse interessiert doch kann oder doch nicht echt ja dann verraten wir mal was in den letzten buch stand hast du die letzten in der aufnahme übersprungen nein das nicht aber mich interessiert die wichse nicht mich aber jetzt ehrlich ja ich mag endlich ein würdiger yay guck mal warum greift er nicht an hey you da unten ist ein knopf da unten war ein knopf nein wo ist er hin er war nicht real das war nur eine illusion pontius eine art wachhund er sah erschreckend echt aus ich hoffe wir treffen nicht auf das original yay tralalala jetzt ist es so ruhig auf einmal guck mal yay sieh nur wie es fliegt tadaa aua waren das alle warte was macht der schalter ach stelle ich mal auf die rechten t65 ach da ist auch noch einer pfft ah ha t잡 warte ah noite na dann das geht ganz einfach ich kann 4 Objekte machen also fick dich spiel fuck will auch feiten ich bin da irgendwie hochgesprungen sind aber nur ein paar violen also Ups Ach, wir haben ja Level Up Ah ja, oh mein Gott Spinne Ah Ich bin denn im Topf Okay Tab Nicht Caps Lock Hier Monster, Kerker und Metallmagnetisierung Kann ich beides nicht kaufen Wenn mindestens Vier Fähigkeiten der Stufe 3 Den Hebel hier schon benutzt Danke schön Tut der Topf weh Nein Oh gar Au Ist die, wir rennen erst mal rein Wie ist die, wir sind wieder rübergekommen Ich bin hier unten Ich hab ein Schild benutzt Nice Versuch mal da unten durch das Tor zugelangen Lauf mal ein Stück nach rechts Ich hab gar nichts gemacht Passt, war's drin, hast du alles? Okay Da hat mich der Stein mitgenommen Danke Ah Hey, ich will nicht No mehr So Da unten ist ein Hebel Oh nee Schon wieder so ein Drecksportal Diesmal gibt's nur ein Hebel, oder? Ich weiß glaube ich, was wir tun müssen Warte Warte Ich bin schon noch nicht drüber Ja, die musst du nur ein Stückchen höher machen Ich komm hier nicht rüber Jetzt komm ich hier nicht rüber Doch, doch, doch Passt Fuck What Fuck I will survive I just died Das geht nicht Doch Du musst nur daran Du musst nur fest daran glauben Ah, hör auf, das zu blockieren Nice Fick dich Nein, ich will die Spinnen auch nicht Ich bin in den Augen Und schieß dabei deine Blase kaputt Ja, klar Boah, das dauert mir zu lang Dann geh runter von meiner Blase Fick Fick Du bescheidass Jetzt komm Was dir, ey Kann sowas auch Alter, jetzt verpiss dich Ihr wollt da drüber springen Ja, ja Ihr wollt ja drüber springen Ja 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 Ja, das war meine Attention Oh, guck mal Da ist ja Voll die Kohle Violen Power Nein, das ist ein Bootgang Boah, Steven immer mit seinen Gedichten Das macht mir nix Ich bin schon fertig Die da zwischendrin Kannst ja du holen Nö Okay Oh Gott Oh Gott, es dreht sich Ich bin Steven Ah, ich muss dieses Drecksding hier unten mal ausbalancieren Wie das aussieht Warte mal Geht das? Nein Spasti, ey Jetzt hör auf Ich mach nix Das Ding da unten dreht sich Du kannst auch mal was tun Ich kann's auch heben Und du springst drüber Weißt du aber Nein Nein, ich schieß das lieber ab Weil das macht viel mehr Spaß Wir verheilen die, wo es nicht mal kaputt macht Wir verheilen Jetzt spring auf die Scheiße drauf Oh, kannst du nicht Basti, ey Geh halt recht so So Jepi So, was nennt sich Teamwork Oh Oh Loll Nein Nice Kann ich mit dem irgendwas machen Tatsächlich Guck mal Guck mal, ich hab was gefunden Guck mal, ich hab was gefunden Ist das so besser? Warte Geh weg Das geht ja gar nicht Was soll ich denn die Scheiße hinführen? What? Ja, ich bin durch Oh ne, schon wieder so Wix-Portale Ich hab einen eingesammelt Ich hab zwei eingesammelt Oh ne, es dreht sich Es dreht sich Und macht Bumm Ich bin in den Zink flogen Das weiß keiner so genau Oh, ich bin da, wo es weitergeht Alles klar Okay, ich nicht Aber ich komm hier nicht raus Ah Ah Pfff Das macht das Warte mal Warte mal Wenn die da Ah, scheiße Das habe ich schon probiert Dann halt so zu springen Warte Wieso machen wir das nicht so Ah 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 Oh, ich werde mal höher Ich komm hier nicht raus jetzt Hallo Rape time Blah Interessiert doch kein Schwanz Guck mal, da kann man durchschießen Und da kann man bestimmt noch durchspringen Yay Boah, jetzt diese Wichsspiegel Guck mal, ich hab einen ewigen Fall Wobei Schau mal Wie sie fliegen Ah ne So So Und was hat das jetzt gebracht Durch den Schalter geht das Tor da auf Wo wir durch müssen Nein Die Mutter geht auf Boah Boah Hey Ah Ich weiß wie So kann man es auch machen Jo Exakt So So und wozu kann man die jetzt bewegen Du musst dich so bewegen Dass ich da entweder einen Pfeil rein schießen kann Achso Dass der auf der anderen Seite ankommt Achso Dann schieß nach oben Geh das nicht durch Warte Ich kann Ich kann ja auch nicht drehen Ich schieß mal ein Pfeil da rein Auf den oberen Wenn man es so macht Ach das geht doch Ich muss das Tor öffnen Ja genau Ach komm ey Das geht nicht Warte mal Nein 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 Hast du das jetzt getroffen Ja Warte mal Wieso machen wir eigentlich nicht so Das geht auch Das sind wir eigentlich so unterbelichtete Stückchen scheiße Oh mein Gott Ich hab mich ganz Ja wenn wir nicht aus Spiegel sind Damit wir da rüber kommen Tu mal den Spiegel da weg Ich will dann jetzt schon wieder unten landen Wieso bin ich nicht gerade durch den Spiegel gegangen Um wieder hoch zu kommen Na okay Aber wie kommen wir jetzt da rüber Spring mal da drauf Und dann gleich rüber Berühren Spring Nice So Und jetzt machst du für mich da so ein Ding Ich kann so eine Platte nicht machen Zumindest halt so ein Boxteil So Magier Power Kann alles Alter ist das laut Beim Steven Gehen die Party ab Und Steven ist tot Wo war der letzte Checkpoint Links Hinter dem Tor Bäh Kann nix Kann auch nix Können gar nix Ah Von überall Ich bin beschossen So Erstmal auf sichere Ebene gehen Und dann Tab drücken Ich hab zu wenig Fähigkeitspunkte Guck mal Hier sind fliegende Plattformen Guck mal Hier sind Violen Ich sammle schon mal ein paar Violen Wenn das okay ist Oh hi Moment warst du tot Nee Ich stand einfach nur unten rum Ach Leute Du warst tot Hab ich gar nicht mitbekommen Ich dachte du wartest da und skills grad Oh Geheimnisse der Schattenbäume Haben wir gefunden Oder bekommen Ich dachte du skills grad Boah Wieso hab ich eigentlich so nen Wichs Ohrwurm Will ich den nicht wissen Ja So wo müssen wir denn hin Da rein aber Wie Das ist doch ganz einfach Ach mit dem Hammer Ja Vielleicht indem wir einfach mal den Schalter hier umlegt Ach da ist ein Schalterwesen Komisch Oh Tja Das war geil aus Warte Jetzt kommt gleich so ein Ding von oben Ich dachte schon du läufst jetzt rein Nein ich will nicht Warte 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 Geh mal kurz raus Ich will mal Okay Ich will mal was probieren Na scheiße Bin ich nicht auf den Block gekommen Äh wo bist du hin Wo bist du grad hin verschont Da Nein Ja Ich lebe wieder Da ist ein Schalter Oh nee So Oh Gott Das Teil das geht runter Warte mal Das Ding soll mal kaputt gehen Schieß mal da drauf Bitte Auf die Platte Genau das hatte ich vor Harte wohl Nice Da konnte ich jetzt nichts für Egal Egal Meins Warte Lass mich mal Tindal Hör Oh Viecher Hast du den jetzt schon umgelegt Oh Danke Aua Das tut gleich weh Ist das Blut Nein Ich steh noch da hinten Gott ist die hässlich Das Gesicht Was hat die für den NASA Wissen sie es über eine sprechende Blume Oder wissen sie warum die Pflanzen so wild wachsen Ich kann euch mehr verraten Aber erst müsst ihr mir helfen Draußen am See ist ein Schloss Das Haus meines Vaters Dort sitzt nun der Kobold König Und beschmutzt die Hallen Er schlagt ihn und ich sage euch alles Ihr könnt alle Schätze die ihr findet behalten Ist das nicht die Böse Keine Ahnung Pontius nahm Roosevelt's Einladung zum Meine Echsen Suppe esse ich nicht Als ihre Gastgeberin sich für die Nacht zurückzog Sammelten die Helden ihre Stärke Bald verließen sie das unheimliche Haus Es war schon spät Aber ihre Aufgabe trieb sie weiter Aber ich glaube die Folge ist hier vorbei Genau wollte ich gerade sagen Dann war es das für diese Folge Und wir danken fürs Zuschauen wie jedes Mal Und viel Spaß beim nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal Wir hoffen es hat euch gefallen Und tschüss Tschau 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 Tschau